So, Leute, da sind wir wieder gebracht, wieder ist es hier, ach so, das wohl komm ich da ne, dieses, durch die Tore drüften, weißt du, naja, guten Tag, wird hier schon am Tag, aber das guck ich mir da, dann, wenn das Tierarischke es wissen will, eh, einfach, äh, versuch, die drüften und ich versuch, uns zwei Stück zu kriegen. Insgesell, Bildschirm, schön, interessiert je, und ich will auch zwei Teilvideos sein, aber man wird es dann sehen. So, dann scheint, ähm, Musik aus, und dann bin ich gleich wieder, so, Musik ist aus, ups, da vorne kommen die ersten Tore, ich würde sicherlich verkacken, aber ich versuche meinen Durchschluss, Mist, Kerl, weil ich hasse, das durch diese Tore zu drüften. Upsa, das weg, skippen, dann, ja, ja, guck, ich bin hier gerade beschäftigt, dann, dann, das diese Tore trefft, so, 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 da läuft, so, vielleicht kann ich so gerade driften beibehalten, das wäre super, da habe ich jetzt auch noch verpasst, ist mir aber egal, das war falsch, so, so, dann hätten wir die auch, ja, fast, mal sehen, ob wir wenigstens ein, so, Hauptstern bekommen, aber wie man sieht, bin ich richtig schlecht, alleine so drüften, das macht mir nichts, aber sonst, alles läuft, jetzt, so, so, noch ein paar punkte das wird nichts mehr durch und dann könnte ich wahrscheinlich noch hinkriegen jawohl so war auch dritter nicht schlecht für das dass ich das überhaupt nicht kann aber immerhin ein paar Geldstücke bekommen Coins oder was auch immer so dann war es das eigentlich schon von der Folge ich melde mich ab geh schlafen denn hab jetzt ganz spontan aufgenommen und verpiss mich tschau tschau so die Hallechen und bei einer weiteren Folge sind wir bei das ich zeig's noch mal kurz schnell für euch sieht und nun hängt die Scheiße wieder ganz durch geklappert hab natürlich wieder so da sind wir wieder in dem Berg von hier so perfektes Rennen 2 das würde klappen sein also ich würde am selben Tag wenn ich hocke aufnehmen aufnehmen dieses Mal läuft einstellen und dann gebe ich mich schon mal im Voraus weil ich gerade übelst müde bin und das um 2 Uhr 40 eigentlich 37 aber egal naja Mittagsfluss gibt sich und dann gut das war das war das war's das war's das war's das war's das war's zu und so muss er mit an um dem da Dösen wir mal durch und hoffen, dass wir Läster werden. Das wäre grenzgenial. Ansonsten schaue ich auf deutscherschönes Ziel und fertig, ging schneller als gedacht. Und wir sind erst da. Ach ja, wir haben die vier nicht vernichtet, aber egal. Ah, bitte keine Werbung. Verpiss dich auch wenn ich dafür zwei Kappers kriege. Und wir haben 2600 Kappers. Und so. Und dann wird es demnächst mache ich hier auch noch eine kleine Ankündigung. Ich werde einen kleinen Spezial wie irgendwann drin, wo ich vorliegende Biele spiele und die dann in einem hoch, also zusammenschneiden und dann so circa 30 Minuten Video und das dann hochladen. So, da bin ich wieder und musste neu starten, aber ich werde die Aufnahme unterbrechen und hänge dann die nächste Aufnahme gleich hinten dran. Und hier alles fixen, denn ich bin gerade so dermaßen müde, dass ich noch schnell schlafen gehe und so. Also, wo es auch niemand interessiert. Ich bin hier auch. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier.